hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel azur lane ich werde jetzt mal starten vor betreiben ich habe schon drei mal probiert zu starten jedes mal war das server down ich hoffe jetzt online zehn minuten sind auch schon vorbei okay ich denke der ist jetzt online ein kleines update noch mal gemacht da muss ja gleich den sound machen ausmachen weil ich ja auch schon eine beschwerde von dem spiel wir können das hier machen aber nicht facebook ah da sind wir dann gehen wir mal gleich gehen wir mal gleich hier auf setting und machen musik aus stefan reddok am start so dann fangen wir jetzt mal an wir werden heute machen erstmal alle roten punkte weg ok neue bilder neuer sound gibt mir alles ich kann nicht alles nehmen ok das kann ich nehmen das kann ich nehmen das bestimmt nicht denk mal mein öl ist voll kann ich mehr öl tragen genau ich kann nicht mehr öl besitzen als als wieviel keine ahnung building die habe ich gewonnen zwei sternen ok auch zwei sternen aber elite ein sternen gewöhnlich drei sternen rar äh zwei sternen rar gut hauptquartier gehen wir mal in eine akademie rein und okay ok 500 diamanten ich habe 100 sind wir ja knapp dran gut dann legen wir jetzt mal los mit die dailies daily daily clean victory first time gut dann machen erst mal ich sehe das auch dazu es gibt wo muss man hin ok das meine starken die ich mit habe meine starken charaktere hallo ja das ist Was ist das denn? Vielen Dank. 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 Okay. Müsste ich ja das jetzt auch wieder schaffen. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. So, ich bin nochmal gleich kurz weg. Okay. 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 Level up. Okay. 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 Da ist der Boss. Ah, ich muss erst den kaputt machen. Jetzt gehe ich aber erst auf Fragezeichen. Jetzt erstellen wir den hier. Schlucken Wasser nehmen. Vielleicht geht es hier dann mit meinem Hals. Wie der manchmal mit der Automatik da rumfährt. Keine Ahnung. Oh, oh, oh. Genau durch die zwei Torpedos. Die eine, wenn die aktiviert wird, die Fähigkeit. Sieht immer aus, als ob sie von Yogi-O das Board brennt hat. Anarmen. Was halt ein Flugzeugkrieger sein soll. Werden wir bestimmt gleich nochmal sehen. Boah. Wieder ein Torpedos abgekriegt. Das ist der letzte Boss. Das müsst ihr schaffen. Nicht die, die schmeißt den Ball. Die hier meinte ich. Wie das Kartenbord. An Yogi-O's Arm. Und wir durch den Torpedos gleich. Ach ne. Der Boss kommt. Wow. Und wir durch den Torpedos. Ach ne. Super. Wieder Perfekt S. Level Up. Nur ein Level Up. Na ja. Ist ja auch okay. Gut. Das war jetzt äh. Oh. Ich hab sogar drei Missionen schon fertig. Gut. Hier müssen wir drei, vier. Ja soweit. Das schaff ich nicht. Ich hab noch nicht mal zwei fertig. Ähm. Achso. Ich bin ja auch seitdem da. Ich muss noch. 20 Öl verbrauchen. Können wir aber erstmal was anderes. Hm. Daddy Raids. Da kann ich die erste machen. Genau. Wir nehmen alle mit. Oh Gott. Boah. Zwei down. Boah. Dann machen wir nochmal Level 10. Wie ist das denn? Wir müssen wir hier schaffen. Okay. die erste dauerung eine dauerung da gibt es kein es doch zerstöre drei flagschiffe eins habe ich schon zerstört das war bestimmt kampagne bei denen hier schön ausgewichen und prima wieder nicht super da unten wird eine super die auch da der ist das bestimmt da müssen wir ein flugzeug träger ja 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 ich hab doch gar nichts gemacht geht ganz automatisch dahin ja 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 ich bin stolz auf euch ja 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 das spielt jetzt irgendwie alleine das spiel hm ich kann mich ja hinlegen und schlafen wenn es so weiter geht wenn es so weiter geht bin ich morgen level 100 ich wollte ich wollte doch die daddies noch fertig machen ich mach mir gar nichts ich hab noch nicht mal die maus bewegt gerade ich hab noch nicht mal die maus bewegt gerade der macht alles von allein ist das vielleicht von dem spiel so ein dingens so makro wenn du dir eine quest aussuchst die du machen willst brauchst du nur auf go to drücken und dann macht alles automatisch bis er die quest fertig hat dann würde ich gerne die quest dann drücken level bis 1000 dann würde ich die ganze zeit das so durchspielen lassen man braucht hier nichts zu machen würde wahrscheinlich nur ein bisschen dauern nichts machen alles automatisch beobacht d Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Flieger kommen, was willst du? Alle down, schon. Das ist aber mal gut hier. So, einfach ganz oft gedrückt und das hat wirklich unterbrochen. Wähle ich's gucken, ah, das ist die eine Quest ist fertig, jetzt in Öl, 500 verbrauchen, 800 Öl verbrauchen, clear one hardmode stage, eine hardmode stage, okay, hardmode ist drinnen, gehen wir mal zurück, ah, jetzt ist hardmode drinnen, schauen wir mal, attack, attack, kampf, ja, ho, das war du mal jetzt. Okay, und der Boss ist dran. Das war die Nummer 2. Das ist doch noch nicht der Boss. Wo ist er? Da ist er. Da ist der Boss. Jetzt aber. Nice. Der Boss, Level 22. 5 nehmen hat er. Okay. Der Boss da. Da kommen 2 Schiffe. 4 nehmen hat er. 2 nehmen wir noch. 1 nehmen wir noch. Down. Ein S. Das ist doch ein S. Alle leben noch. Die Zeit haben wir auch geschafft. Unter 2 Minuten. Kein Level Up? Schade. Okay. Hard Mode haben wir gecleared. Was jetzt noch? Clear Victory 2D Times Experience. Okay. Dann nehmen wir den hier. Würde ich zwar verlieren, aber probieren. Was ist das? Ist das auch normal? Zack. Erste Dome-Buggen hier. Was ist das? da krieg ich von dem wenigstens auch noch einen down die holen 5 gegen 5 jetzt aber das werde ich verliere alle down hinten zumindest vorne leben noch zwei noch noch eine das sind noch 5 level unterschied ganz knapp verloren was ist jetzt los spiel abgestürzt na gut mal wieder keine ahnung was letzte zeit los ist dann sag ich mal das war es für heute dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr euch dabei seid bis viel spaß und auf wiedersehen ciao